O ihr, die ihr glaubt, fürchtet Allah und verzichtet auf das, was noch übrig ist an Zinsen, wenn ihr gläubig seid. Und wenn ihr dies nicht tut, dann seid gewarnt. Dann seid gewarnt vor einem Krieg mit Allah und seinem Gesandten. Allah und sein Gesandter rufen Krieg gegen euch aus. Wir erleben zur Zeit die vielleicht größte finanzielle Krise der Menschheitsgeschichte. Niemand weiß, was gerade passiert. Wo geht das ganze Geld hin? Es verschwindet einfach. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala dazu im Koran? Yamhaqullahu rriba Allah wird deine Gewinne aus Zinsgeschäften in Luft auflösen. Allah lässt den Zins dahin schwinden. Yamhaqullahu Also dahin schwinden lassen. Und die Almosen vervielfacht Allah. Als du dein Geld gespendet hast, bist du einen Handel mit Allah subhanahu wa ta'ala eingegangen. Deine Spenden sind eine Investition, die Allah subhanahu wa ta'ala vervielfachen wird. Allahu Akbar Bei Zinsgeschäften ist es genau anders. Du glaubst zwar, du hast Gewinn gemacht. Du siehst deine Erlöse buchstäblich auf dem Konto. Aber Allah subhanahu wa ta'ala wird Wege schaffen, dein Geld dahin schwinden zu lassen. Allah und sein Gesandter erklären dir Krieg. Wie kannst du da noch ruhig schlafen? Riba ist der Zinsen. Und Zinsen sind einer der Gründe, wieso die Armut auf der Welt immer weiter wächst. Was bedeutet Riba genau? Riba ist ein Austausch zwischen zwei Geldbetrieben. Zum Beispiel bekommst du für 100 Euro 120 Euro zurück. Es erscheint dir so, als hättest du 20 Euro Gewinn gemacht. Geld wird durch Geld erzeugt. Aber nicht, indem du Handel betrieben hast. Du hast nicht beispielsweise fremde Währungen gekauft. Auch hast du nicht eine Ware gekauft und verkauft. Nein, du hast keinen Handel betrieben. Dasselbe Geld ist einfach vermehrt zurückgekommen. Bei großen Staatskrediten nicht nur vermehrt, sondern vervielfalt. Und genau das passiert bei Krediten. Du leistest dir 10.000 Euro von einer Bank und musst dir dafür 12.000 Euro zurückzahlen. Diese Differenz ist Riba, Zinsen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es 12.000, 11.000 oder 10.000 Euro sind, die du zurückzahlen musst. Was zählt, ist, dass es ein Zinsgeschäft ist. Und dieses Zinsgeschäft führt zu Armut. Es vermehrt sich nur scheinbar. Ganz wichtig dabei ist, bei Riba gibt es immer drei Schuldige, denen Allah Krieg und Armut verspricht. Erstens, diejenigen, die den Zins annehmen. Zweitens, diejenigen, die den Zins bezahlen. Und drittens, diejenigen, die dazu verhelfen, indem sie zum Beispiel den Vertrag aufstellen. Wenn wir jetzt noch einmal die Verse hören, werden sie für uns Sinn ergeben. O ihr, die ihr glaubt, fürchtet Allah und verzichtet auf das, was noch übrig ist an Zinsen, wenn ihr gläubig seid. Und wenn ihr dies nicht tut, dann seid gewarnt vor einem Krieg mit Allah und seinem Gesamt. Der Zins gibt einer Gruppe von Menschen die Möglichkeit, das Vermögen von anderen Menschen in Besitz zu nehmen. Ja, sogar das Vermögen ihrer Kinder und Enkelkinder. Mehrere Generationen werden auf diese Weise ausgebeutet, durch einen Vertrag mit Zinsen. Ganze Länder sind davon betroffen. Es entstehen internationale Staatsschulden. Banken geben den Ländern Geld und verzinsen ihre Leihgei. Die Supermächte zwingen seit der Kolonialzeit Ländern der dritten Welt solche Kredite auf. Das betrifft in erster Linie die Länder der islamischen Welt. Wie ihr wisst, ist es ja nicht gerade so, dass unsere Länder arm an Bodenschätzen sind. Es ist nicht so, dass wir diese Kredite nötig hätten. Aber sie wurden uns seit dem Ende des 19. Jahrhunderts aufgezogen. Das ist eine moderne Art der Versklavung. Was passiert dann? Diese Länder können im weiteren Verlauf die enormen Zinsen nicht zurückzahlen. Obwohl der ursprüngliche Betrag längst beglichen ist, bleiben die Länder weiterhin verschuldet. Also nehmen sich die Banken die Schulden in Form von Besitz und Ländereien zurück. So werden ganze Länder in Besitz genommen. Eine Schuld, die aus einem Haram entstanden ist und nicht mehr zurückgezahlt werden kann. Du legst Geld auf die Bank und du bekommst Zinsen dafür. Dem Anschein nach vermehrt es sich. Aber Allah wird dieses Geld dahin schwimmen lassen. Du entrichtest die Zaka oder gibst Sadaqa. Dem Anschein nach wird dein Geld weniger. Aber Allah subhanahu wa ta'ala wird dein Vermögen vermehren. Was ist die Alternative zur Riba? Was muss ich tun, wenn ich mein Geld auf islamische Weise vermehren möchte? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Und Allah hat den Handel erlaubt und das Zinsgeschäft verboten. Handel ist erlaubt, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, solange du nicht mit verbotenen Gütern handelst. Manchmal glauben wir, wir könnten der Armut entkommen oder unseren täglichen Bedarf decken, indem wir Geld von einer Bank leihen. Aber sei dir bewusst, das wird dir erst recht Armut bringen. Mein Bruder, meine Schwester, was ist los mit dir? Hast du denn vergessen, dass Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Razak ist? Dass nur er der Versorger ist? Wie kannst du es zulassen, dass dich Schaitan in Versuchung bringt, einen Kredit aufzunehmen, wo Schaitan dir doch nichts anderes außer Armut verspricht? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Schaitan droht euch Armut an und befiehlt euch Schändliches. Manchmal, liebe Geschwister, kann der Zorn Allahs dich so weit ins Verderben führen, dass es keinen Weg zurück gibt. Das ist, wenn du darauf bestehst, die Grenzen Allahs zu überschreiten. Wenn du die Dunja zum Preis der Akhirah erwerben wirst, dann öffnet dir Allah eine Tür. Diese Tür wird dir vielleicht Wohlstand bringen. Sie wird dich aus deiner Armut locken. Aber das ist nur der Anfang vom Ende. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Diejenigen, die das Leben der Dunja und ihre Pracht begehren, wollen wir für ihre Werke darin voll belohnen. Und ihnen wird in ihr nichts abgezockt werden. Wenn du dich also entschließt, diese Dunja zu erwerben, dann wird dir Allah diese Dunja gewähren. Noch mehr so werden. Allah wird dich in der Dunja voll belohnen. Aber diese sind es, die im Jenseits nur das Höllenfeuer zu erwarten haben. Hinfällig ist dann, was sie gemacht haben. Und zunichte wird, was sie getan haben. Sei gewarnt, mein Bruder, denn du hast damit die Dunja zum Preis der Akhirah erworben. Allah subhanahu wa ta'ala warnt uns. Wenn ihr darauf besteht, dann seid gewarnt vor einem Krieg mit Allah und seinem Gesandten. Möge er subhanahu wa ta'ala unsere Herzen festigen. Und umgekehrt sagt Allah subhanahu wa ta'ala, das Gleichnis zwischen denen, die ihr Vermögen auf dem Wege Allahs ausgeben, ist wie das eines Saatkorns. Ein Saatkorn gibt Wachstum für sieben Ehren. In jedem dieser sieben Ehren liegen weitere hundert Saatkörner. Also bildet ein Saatkorn 700 neue Saatkörner. Aus einem Euro auf dem Wege Allahs werden 700. Und das ist das Mindeste. Denn Allah beendet den Vers mit und Allah vervielfacht es weiter, wem er will. Wir müssen dieses Verständnis in unseren Köpfen verankern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017